Die Krise in Griechenland, die Sorgen um Spanien wirken sich natürlich auch auf den deutschen Leitindex aus. Dieser fällt zum Wochenstart jetzt unter die 6500 Punkte Marke. Ob es vielleicht sogar noch weiter runter geht, das will ich heute besprechen mit Frank Benz, Benz AG Partner für Vermögen. Herr Benz, wie weit geht es denn noch runter? Ich weiß es momentan leider natürlich auch noch nicht. Ich denke auf der anderen Seite, man hat einer sehr schön gesehen, die 6400 plus minus 20 Punkte halten relativ stark. Ich denke wir haben im Moment hauptsächlich das Problem, wir haben eine extrem politische Börse, das heißt gute oder durchschnittlich gute Unternehmensnachrichten gehen einfach unter. Allein von der Charttechnik wird es sicher ganz spannend, wenn wir irgendwann unter 64 laufen oder Richtung 62 gehen, dann muss man sich sicherlich ein bisschen wärmer anziehen wie heute. Ansonsten denke ich, man muss mal abwarten, was die kurze Woche noch bringt aus Griechenland, aus Europa und aus der Unternehmenswelt. Die Euro-Krise schlägt währenddessen mit voller Wucht auf den deutschen Leitindex durch. Warum eigentlich denn? Die Krise war ja doch eigentlich nie so ganz so richtig ausgestanden. Gut, also wir haben ein ganz großes Problem. Letztendlich Deutschland bezahlt ca. 30 oder 27 Prozent aller Transferzahlungen letztendlich. Das heißt, wir wissen einfach, wenn was schief geht, sind wir auf jeden Fall mit diesem Drittel ganz grob dabei. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie Sie haben es erwähnt, man kennt die Krise, die war schon lange da, aber im Moment haben wir ein absolut politisches Vakuum, wo wirklich keiner im Moment Licht am Tunnel sieht. Auf der anderen Seite, wir hatten acht oder zehn Tage Zeit, wo die Griechen hätten ein Signal setzen können, in irgendeiner Art und Weise, dass radikale Kräfte sich etwas mäßigen. Wo die EU hätte sagen können, jawohl, wir sehen was, wir sehen ein Gegenkommen, wir helfen weiter. Aber Transferzahlungen sind zum Teil natürlich jetzt schon bewilligt und ich denke, das ist das, auf was die Griechen eigentlich spekulieren, dass man sie nicht fallen lässt, dass sie der Euro behalten, aber nicht alle Forderungen erfüllen müssen. Währenddessen reist der Bund Future von einem hoch zum nächsten. Heute wieder ein neues Allzeithoch, die 143 Jahre Marke wurde jetzt schon des Öfteren geknackt. Das scheint jetzt für den einen oder anderen ETF-Anleger zu viel des Guten. Gut, hier hat man sehr schön gesehen, ich weiß es noch nicht, ob das die ersten Frustrierten sind, die den Markt verlassenen oder ob es eine Trendwende sein kann. Sie haben es erwähnt, die 143 haben wir jetzt zwei, dreimal geknackt oder getestet. Es könnte noch weitergehen, weil wir haben einfach Angst, wir haben Angst, wir haben Unsicherheit. Und da geht es nur noch darum, wo kann ich als großer Investor meine Liquidität parken und wo komme ich vor allem nachher, wenn es wieder in eine andere Richtung geht, raus. Ich denke, es ist zu früh zu spekulieren, ob wir eine Trendwende sehen oder ob die Angsthasen im Moment das Schiff verlassen. Ja, ganz sicher, keine Angsthasen sind die Anleger, die wir auf der Tabelle sehen, die bereits wieder in Griechen-ETFs spekulieren. Ist das noch Mut oder ist das schlichter Wahnsinn? Ne, ich denke, man setzt einfach darauf, die Signale von Griechenland kommen, wir wollen den Euro behalten, also wollen wir Europäer bleiben. Auf der anderen Seite wollen wir nicht alles bezahlen. Das heißt, wenn das gut geht, sind die Mutigen, die ersten Mutigen oder auch die Taktiker schon ganz gut dabei. Im anderen Fall haben sie natürlich Pech oder können den Teil oder einen Teil ihres Einsatzes verlieren. Ich denke einfach, das muss jeder Anleger für sich entscheiden. Ich denke, es ist zu früh, so mutig zu sein. Es gibt andere Alternativen, da kann man sich einfach den ganz normalen DAX oder den Eurostox anschauen. Hier Bewegungen mitnehmen, weil die ETFs eignen sich einfach wunderbar dafür, schnell raus und rein zu gehen, wenn man solche kurzen Schwankungen ausnutzen möchte. Der Blick auf den ETF-Markt mit Frank Benz, Benz AG Partner für Vermögen. Vielen Dank für das Gespräch.